Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Bei der Gründung eines SUV geht es in erster Linie darum, der Verschwendung wertvoller Ressourcen und der zunehmenden Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten. Auf die Idee, meine Damen und Herren, einer SUV einzuführen, um absolut Sinnloses aus unserem Alltag zu eliminieren, brachte mich der Kauf meiner Frau. Ich meine, der Kauf meiner Frau eines rosafarbenen Himmelbetters aus der Kollektion Prinzessin von Hans Holler und ein Präsentpaket Happy Valentine von diesem Harald Glögler. Ja, und nun kommt's für unsere Katze. Sie haben richtig gehört, im wahrsten Sinne des Wortes, der Kauf war für die Katze. Falls Sie jedoch eher zu denjenigen gehören sollten, die ein Frätzchen zu Hause haben, kein Problem. Wie wär's mit einer Hängematte aus der Glögler Frätzchenkollektion? Kein Witz, leider kein Witz, leider Glögler. Auch kein Witz, dieser Klamottenkasper mit einer Visage wie ein aufgeblasener Gummihandschuh. Nix wie Hohlraumversiegelung hinter der aufgespritzten Gesichtsbaustelle. Ich frage Sie, wenn Typen wie dieser Glögler frei rumlaufen, wer sitzt dann bei uns in den ihren Anstalten? Das Schlimmste ist, dieser Drecksmist, übrigens euphemistisch auf Neudeutsch, nice to look at genannt, wird gekauft und nicht nur von meinen dekomanischen Eheweiter. Eheweiter, unser ganzes Wohnzimmer ist mit irgendwelchen Staubangeplumber zusammengrammelt bis unter die Holzvertefelung. Wussten Sie übrigens, warum es an Norden Ostsee keine Muscheln mehr gibt? Ja, die liegen ja alle bei uns zu Hause im Wohnzimmer und im Bad. Deshalb sage ich, meine Damen und Herren, wir von der Butz-Partei plädieren für eine Sympf-Plakette, auf das in meinem Wohnzimmer in Zukunft nur noch wirklich Sinnvolles steht. Der Fernseher und die Couch mit mir und Gertrud. Gertrud ist übrigens unsere Katze. Oder von A wie Antifalkenschmiersel bis Z wie zuckerfreie Abnehmkrempel wären ganze sinnlos Industriezweige ratzfatz ausgedockt. Die hätten dann genug Zeit, mal sinnvolle Produkte zu entwickeln, wie beispielsweise Alkohol ohne einen Kater zu verursachen. Oder kalorienfreie Schweißhaxe. Oder die frauensichere Fernbedienung. Ha, wäre das schön! Falls Sie sich jetzt aufgefordert fühlen, wirklich was Sinnvolles zu unterstützen, dann schließen Sie sich unserer Sympf-Plakette an. Wir von der Butz-Partei, wir wollen das zum Einsatz bringen. Mit Ihnen zusammen! Deswegen spenden Sie hier die Butz-Partei. Günter Sauer, Parteivorsitzender. Konto Nummer 000473895. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.